Spannend, gah? Ja... Hm? Mirolin, hä? Hallo! So, das ist der eine Teil, das sind Jungtiere und da sind ein Jungtier von diesem hier und zwei Erwachsene, alles männliche Tiere, die jetzt hier noch zur Genesung sind. So, da sind die Erwachsenen drin. Hallo Fredolin! Hm? Fredolin ist gut drauf. Fredolin, bist du früh auf der? Ja? Super! Also gut, was man putzt hier unten. Ist das schon wieder? Ihr zwei, habt ihr zusammen hier übernachtet, hä? Super! So, ein Kandidat. Noch ein Kandidat, hallo! Grüß dich, du kleiner Zwerg, hä? Jetzt? Noch ein Kandidat. Jetzt? Ja? He... Augen schlangen. Zeht euch nicht.